Es dauerte mehr als eine Stunde, bis die Gäste wieder einmal einen gefährlichen Angriff lancierten. Cevitor über rechts. Wölfli mit der kurzen Faustabwehr und dann Moreno Costanzo mit Gefühl zum 1 zu 1. Ein super Tor. Wölfli konsterniert, Moreno Costanzo aber, der darf sich dieses Tor in sein persönliches Fotoalbum kleben. Ein Treffer, Marke, Tor des Monats. Moreno Costanzo mit seinem zweiten Saisortreffer. IB von Costanzo und von Petrus kalt geduscht.